Guten Abend, wobei noch so hell, also eigentlich noch guten, ja gar nicht guten Abend so. Hallo Rita, ich habe festgestellt, mir gefallen deine Gardinen, also deine Farbe. Passt ganz toll in mein Wohnzimmer. Also wenn sie bei dir mal fehlen, findest du sie bei mir vielleicht wieder. Okay, so Melli und Sabine haben die Kamera wieder ausgemacht, die beiden räumen heute Küche ein. Die unterstützen uns nur optisch. Geht es euch ein gut? Ja, Peter hat schon verschiedene Kopfbedeckungen ausprobiert. Ja, wir haben alles gesehen. So, Sabine, wenn deine Mutti da oben hängt, nee, Melli, wenn deine Mutti da oben hängt, kannst du da unten ja eigentlich mit tanzen, oder? Was zeigst du mir da? Einen Schwamm. Ah, ja, okay. Alles klar. Okay. So, was bitte? Okay, super. Genau, ich habe wieder hier so eine Soufflöse am Rand stehen. So ein Backup, falls ich nicht mehr kann. Nee, Friedhöse. Okay. You got to me haben wir heute auf dem Plan. Ja, 32 Count, vier Wände, vier Re-Starts, dreimal an der gleichen Stelle und einmal ein bisschen früher. Relativ gut zu hören, finde ich. Und ich finde, das ist ein schöner Tanz, schönes Lied. Und deswegen fangen wir an. Warten, Patty, eine Fliege vor der Kamera. Okay. Seid ihr bereit? Fantastisch. Super. So. Wir fangen mit rechts an und haben ein Step, Lock und Step, Lock. Wir machen mit rechts Step, Lock und Step, Lock und Step, Pivot, Halb und Step, Pivot, Viertel. Stehen zu drei Uhr. Oh, schon wieder leichter. Also, wenn ihr mich ab und zu mal nicht hört, dann liegt das nicht daran, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll, sondern dann hakt das Mikrofon. Nochmal von vorne. Sieben, acht. Step, Lock und Step, Lock und Step, Pivot, Halb und Step, Pivot, Viertel. Einmal getippt. Sieben, acht. Eins, zwei und drei, vier und fünf, sechs, sieben, acht. Ist das bei euch allen gut? Fantastisch. Weiter geht's mit einem Chassis rechts und Backrock. Also, Chassis rechts, Backrock. Jetzt ein Point. Ein Halb gedreht. Halb mit rechts ein Point und mit rechts ein Cross. Nochmal. Zu drei Uhr. Mit rechts geht's los. Sieben, acht. Chassis rechts, Backrock, Point, Halb, Point, Cross. Nochmal. Sieben, acht. Eins und zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Können wir das ranhängen? Gut. Dann von vorne. Schon der halbe Tanz. Sieben, acht. Step, Lock und Step, Lock und Step, Pivot, Halb, Step, Pivot, Viertel, Chassis rechts, Backrock, Point, Halb, Point, Cross. Ihr bleibt stehen? Okay. Weiter geht's mit links. Point, Cross, rechts Point, Cross, Links, Rock, Step, Schaffel, Halb. Also nochmal. Wir waren auf neun Uhr angekommen. Rechts über links gekreuzt. Sieben, acht. Links, Point, Cross, rechts Point, Cross, links, Rock, Step, Schaffel, Halb, links gedreht. Einmal gezählt. Sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Wollen wir es ranhängen? Da sieht gut aus. Von vorne. Sieben, acht. Step, Lock und Step, Lock und Step, Halb, Step, Viertel, Chassis rechts, Backrock, Point, Halb, Point, Cross, Point, Cross, Point, Cross, Rock, Step, Schaffel, Halb. Okay. Ihr bleibt stehen? Super. Die letzten acht. Mit rechts ein Step nach vorne, links, Touch daneben. Dann auf links draufgestellt und rechts hier und links hier und rechts Touch, Halb, Unwind und mit links ein Kick, Ball, Step. Touch. Touch. What? Ein Kick, Ball, Touch, Ball, rechts muss frei bleiben. Ja, es ist doch gut, so eine so Flöße am Rand zu stehen zu haben, oder? Okay, wir, die letzten acht. Wir standen hier? Ja. Standen wir doch. Mit rechts nach vorne. So, jetzt nochmal. Sieben, acht. Step, Touch und Heal und Heal und Touch, Unwind und Kick, Ball, Touch, Ball, frei. Einmal gezählt? Die letzten acht. Sieben, acht. Eins, zwei und drei und vier und fünf, sechs, sieben und acht. Können wir das ranhängen? Nee, Patty, ist das ein Nee? Die letzten acht Nee? Okay, aber nur die letzten acht. Okay. Also, mit rechts ein Schritt nach vorne. Step, links, Touch. Jetzt auf und, auf links rauf und und Heal und links drauf, rechts Touch, Unwind, halbe Drehung und mit links ein Kick, Ball, Touch. Weil wir den rechten wieder brauchen, in Step, Block, reinzukommen. Nochmal. Nochmal. Sieben, acht. Step, Touch und Heal und Heal und Touch, Unwind und Kick, Ball, Touch. Wird's besser? Jut. Mutti? Jut, alles klar. Peter macht schon die ganze Wand. Gabi ist auch schon fast fertig. So, hängen wir ran. Ja, von vorne? Sieben, acht. Step, Lock und Step, Lock und Step, Halb, Step, Viertel, Chassis, Rechts, Back, Rock, Point, Halb, Point, Cross, Point, Cross, Point, Cross, Rock, Step, Shuffle, Halb, Step, Touch und Heal und Heal und Touch, Unwind und Kick, Ball, Touch. Habe ich gesehen? Wie war's bei euch? Guck mal, die haben das hingekriegt. Wobei Rita, ja? Also Peter hört uns nicht oder der ist schon weiter? Der macht schon die zweite Wand. Nochmal die erste. Sieben, acht. Step, Lock und Step, Lock und Step, Halb, Step, Viertel, Chassis, Rechts, Back, Rock, Point, Halb, Point, Cross, Point, Cross, Point, Cross, Rock, Step, Shuffle, Halb, Step, Touch und Heal und Heal und Touch, Unwind und Kick, Ball, Touch. Na, Peter, was ist los? Jetzt? Nee, immer noch nicht. Wo hakt's denn? An den letzten Schritten? Die letzten? Ja, okay. Und Gabi, bei dir? Alles super, okay. Gut, Gabi war dann schon in der zweiten Wand. Die letzten acht Schritte nochmal. Die letzten acht Schritte nochmal. Sieben, acht. Step, Touch und Heal und Heal und Touch, Unwind und Kick, Ball, Touch. Also wir haben rechts, Touch, links drauf, rechts Heal, rechts drauf, links Heal, links drauf, rechts Touch, Halb, gedreht und links Kick, Ball, Touch. Ja, nochmal die ganze Wand von vorne. Sieben, acht, Step, Lock und Step, Lock und Step, Halb, Step, Viertel, Chassis, rechts, Back, Rock, Point, Halb, Point, Cross, Point, Cross, Point, Cross, Rock, Step, Shuffle, Halb, Step, Touch und Heal und Heal und Touch, Unwind und Kick, Kick, Ball, Touch und Step, Lock und Step, Lock und Step, Lock und Step, Lock von vorne. So. Ich guck mal und ihr tanzt. Hatten wir noch nie, ist auch schön. Sieben, acht, Step, Lock und Step, Lock und Step, Halb, Step, Viertel, Chassis, rechts, Back, Rock, Point, Point, Halb, Point, Cross, Point, Cross, Point, Cross, Rock, Step, Shuffle, Halb, Step, Touch und Heal und Heal und Touch, Unwind, Kick, Ball, Touch. So hat er gut aus. Patty war kurz eingefroren, aber kam hinterher. Okay, Peter, läuft. Super. Wollen wir die zweite Wand wagen? Wo stehen wir denn? Hier, ne? Bei neun Uhr? Würde ich sagen. Sind wir angekommen? Genau. Zweite Wand. Gabi? Okay. Sieben, acht, Step, Lock und Step, Lock und Step, Halb, Step, Viertel, Chassis, rechts, Back, Rock, Point, Halb, Point, Cross, Point, Cross, Point, Cross, Rock, Step, Step, Shuffle, Halb, Step, Touch und Heal und Heal und Touch, Unwind und Kick, Ball, Touch und Step, Lock und Step, Lock, geht's weiter. Wie war die zweite? Wie die erste, nur ihr habt eine andere Wand gesehen, richtig? Wie, da tanzen die Däumchen. Wir machen sie trotzdem noch einmal. Ich zähle mal. Sieben, acht, eins, zwei und drei, vier und fünf, sechs, sieben, acht. Eins und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei und drei und vier und fünf, sechs, sieben und acht. Ach, super. Daumen auf dem Rücken finde ich klasse. Okay. Mutti, waren das Daumen auf dem Rücken nach unten oder sollten die eigentlich nach oben zeigen? Okay, das sah eher so aus wie, oh, buh. Okay, erste, zweite Wand mit Übergang. Sieben, acht, Step, Lock und Step, Lock und Step, Halb, Step, Viertel, Chassis, Rechts, Back, Rock, Point, Point, Cross, Point, Cross, Rock, Step, Shuffle, Halb, Step, Touch und Heal und Heal und Touch, Unwind und Kick, Ball, Touch, Step, Lock und Step, Lock und Step, Halb, Step, Viertel, Chassis, Rechts, Back, Rock, Point, Halb, Point, Point, Cross, Point, Cross, Point, Cross, Rock, Step, Shuffle, Halb, Step, Touch und Heal und Heal und Touch, Unwind und Kick, Ball, Touch und Step, Block und Step, Lock. War gut? Nichts anderes habe ich erwartet. Okay, der ist auch gar nicht schnell, also der ist relativ geschmeidig. Dritte Wand kommt jetzt mit dem Restart. Restart nach der Hälfte, Quatsch. Also ich weiß, wann er kommt, aber fragt mich jetzt mal, das war nicht die Hälfte, ne? Nee, nach Sektion 3. Nach dem Crosspoint, Crosspoint, Rock, Step, Shuffle, Halb. An der Stelle haben wir dreimal den Restart. In der dritten, siebten und elften Wand. Ah, Patty nickt mir zu, die weiß das noch. So, dritte Wand. Ihr guckt eure, welche Seite auch immer an, eure 6 Uhr Seite und ich sehe eure Rücken. Sieben, acht, Step, Lock und Step, Lock und Step, Halb, Step, Viertel, Chassis, Backrock, Point, Halb, Point, Cross, Point, Cross, Point, Cross, Rock, Step und Restart. Step, Lock und Step, Block und Step, Halb und Step, Viertel. Ah, gut. Okay. Der zweite Restart ist in der zehnten Wand, aber jetzt fragt mich nicht, wo wir die anfangen. Warte mal, vielleicht habe ich mir das schlauerweise aufgeschrieben. Habe ich. Zehnte Wand beginnt zu neun Uhr, Restart sechs Uhr. Neun Uhr ist bei mir hier. Also müsst ihr, glaube ich, alle in die andere Richtung stehen. Ach nee, ihr steht wie ich, nur ich sehe in der Kamera mich anders lang. Naja, vergesst das. Das ist kaum zu verstehen. Hier in der zehnten Wand haben wir den Restart tatsächlich nach der Hälfte des Tanzes. Und zwar nach dem Point, Halb, Point, würden wir ja sonst ins Cross gehen. Wir machen aber keinen Cross, sondern wir machen Point, Halb, Point, Stomp, Up, weil wir dann wieder starten. Verstanden? Super. Also wir machen mal die zehnte Wand. Sieben, acht, Step, Lock und Step, Lock und Step, Halb, Step, Viertel, Chassis, Links, Back, Rock, Point, Cross, Point, Touch. Oder nicht Stomp, Up, macht einen Touch, sieht schöner aus. Guck mal, die tanzen schon weiter. Und dann Step, Block und Step, Block von vorne. Machen wir das mal mit mir zusammen, also dass ich auch mitmache. Sieben, acht, Step, Lock und Step, Lock und Step, Halb, Step, Viertel, Chassis, Rechts, Back, Rock, Point, Halb, Point, Touch. Step, Block und Step, Block und Step, Halb und Step, Viertel, Chassis. Super. Ja, das sah gut aus. Ist es soweit klar, verständlich? Reicht euch das an ein, zwei Wänden gucken? Oder wollt ihr trocken alle Viere einmal durchtanzen? Nein. Peter sagt nein. Patty kennt ihn schon. Die braucht das auch nicht. Meine Mutter fiedelt schon, Rita sowieso. Gabi schreibt. Nee, auch nicht. Gut. Dann machen wir es mit Musik. Soll ich die Riestarts ansagen in der ersten Runde? Ja. Okay. Musikmeister, alles klar? Bisschen lauter bitte. ? Punkt, 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 Step, Schatten, Halten, Step, Touch, Montier, Montier, und Touch, Anblick, und Kick, Volltouch. Erstmal die Start. Noch, noch. You got to make something, I got to make something, I can't believe how the simplest things are making me smile, can make me think that you got to make, you got to make, you got to make. The world's moving fast, but we're standing still, never wanna forget how good this feels, that you got to make, you got to make, you got to make, hey yeah. You got to make that first love, with pretty brown eyes, man, all out of touch, and you got to make, 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 you got to make. You got to make, 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 you got to Let's start it now. So, wie war's? Schön, ne? Oder ist ein schönes Ding, oder? Ein schönes Ding. Die Damen feiern. Der Herr ist noch sehr verhalten. Aber Peter, ja, kann man mal, ne? So zwischendurch zum Atmen, ja. Deswegen, uh, Hallöchen. Das sah aber gerade ganz schön spooky aus, was ihr da gemacht habt. Das sah ein bisschen aus wie so ein Pappkopf, der so da hingesetzt wurde gerade. So, Marci, wieso muss deine Mama auf der Leiter stehen und du nicht? Ja, weil du nicht putzen kannst, ne? Ja, okay. So, gleich nochmal. Ja, zwei linke Daumen, Gabi. Die haben sie ja dann immer an der passenden Stelle. So, seid ihr bereit? Los geht's! Fünf, sechs, sieben, acht. Das war's! Das war's. 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 Super. Könnte einer der Herren ein Fenster öffnen? Das wäre ganz lieb. Dankeschön. Ist nämlich ein bisschen warm hier. Euch wahrscheinlich auch, ne? So ein bisschen. Gut. Patty, so wake me up. Wollten wir nochmal gucken, ne? Richtig? Ja. Okay. Der ging los mit rechts, mit einem Side Rock. Wir haben Side Rock, Behind Side Cross, Point und Heel und Touch und Heel und. Ja? Nochmal? Sieben, acht. Side Rock, Behind Side Cross, Point und Heel und Touch und Heel und. Gut. Fantastisch. Mutti ist noch am Machen. Eher am Hinsetzen. Okay. Und jetzt haben wir ein Rock, Step mit links, ein Triple, drei Viertel, ein Cross, Side, Behind Side Cross. Nochmal diese acht. Mit links ein Rock, Step. Rock, Step, Triple, drei Viertel, Cross, Side, Behind Side Cross. Weiter geht's mit einem Side, Hold und Side, Touch, Rolling, Fine, Touch. Weiter? Weiter? Okay. Side, Touch, Rolling, Fine, Touch, Chassis links, Back, Rock, Kick, Ball, Cross, Kick, Ball, Cross. Das war A. Das war A. A war gut. Bei allen? Ja. B? Ich mache jetzt mal B nach 12 Uhr. Mit einem Chassis rechts, Chassis viertel. Chassis rechts, Chassis viertel. Cross, Back, Heel und Cross, Back, Heel und Cross, Back, Heel. Weiter? Okay. Dann mit rechts. Heel, links, Heel, rechts, Heel, hier, links, Heel, hier, links, Heel, hier. Auch weiter? Und Rock, Step und Rock, Step und Rock, Step, Shuffle, Back. Auch gut? Dann haben wir ein Back, Rock, Shuffle, Hype, Back, Rock, Full, Turn oder Walk, Walk, wer nicht drehen möchte. Das war B. Hallo Papa. So, einmal ganzes B. 7, 8, Chassis rechts, Chassis viertel, Cross, Back, Heel und Cross, Back, Heel und 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 Rock, Step und Rock, Step und Rock, Step. Shuffle, Back, Back, Rock, Shuffle, Halb, Back, Rock, Full, Turn. Ja? Alles gut? Gabi? Super. Soll ich ansagen A, B oder wollte er versuchen, selber zu hören? Bitte, bitte, sag es an. Okay, alle, die es nicht angesagt hören wollen, weg hören. Okay, also diese Woche sage ich es noch an, ab nächster Woche ist dann Selbsthören. Doch, Patti, schaffst du. Guck mal, wenn ich nicht sage, wenn ich nicht rede, hörst du ja viel mehr auf die Musik und kannst es viel besser für dich herausfiltern. Es lief heute Vormittag übrigens im Radio. Also man kann das auch zu Hause einfach losdancen dann. So, wo ist er? Hier ist er. Seid ihr startklar mit Katze? Kuschel auf Arm, geht das gut? Wenn nicht, schmeißt du sie weg? 5, 6, 7, 8, sei dran. 5, 6, 7, 8, sei dran. 5, 6, 7, 8, sei dran. Nochmal ab. 5, 6, 7, 8, sei dran. 6, 7, 8, sei dran. 6, 7, 8, sei dran. 6, 8, sei dran. 6, 8, sei dran. 6, 8, sei dran. 7, 8, sei dran. 7, 8, sei dran. 7, 8, sei dran. 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 9, 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 sei dran. Noch mal B. 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 Bis zum Ende. Bis zum nächsten Mal. Wie war's? Alles geklappt? Ja? Ja. Okay. Ich laufe immer aus dem Bild. Was haltet ihr dann von Take Me to New York? Ja. Musik? Okay. Dann Musik. Musik? 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 Und die Kleine hinten ran. Und noch mal die Kleine zum Abschluss. Sehr schön. So, Wintergreen oder Old Patroller Coaster. Okay, können alle den Wintergreen? Weil wir den jetzt hier nicht im Livestream bei mir hatten, aber wenn ihr den könnt alle, dann mache ich euch den an, das ist gar kein Thema. Ja, Mutti, hast du sonst einen Wunsch, du hast jetzt zweimal nicht mitgetanzt? Nö, alles klar, dann tanz mal den Wintergreen. Wie auch immer der war, wir probieren es. Jetzt muss ich noch mal kurz hier eine Musik switchen. Da ist er. Okay. Fünf, sechs, sieben, acht. Da ist er. Jetzt muss ich noch mal kurz. Da ist er. 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 Ja. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Schaffte, Back, Back, Cross, Schaffte, Halt, Back, Pop, Kick, 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 Kick und Cross, Achtung, Restart. We'll Combine, Back here, Cross, Sight, Halt, Sight, Cross, Sight, Cóch, Shaffing, C Sho Knight, Shuffle-Halt, Backrock, nessa Szat 14, Kick, 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 Cross, Sight, Cross, Chassé, prettier Ding, Finalm Doppler, Back, Hop, Chassé, donations met nhiều Unter根, Back, jump four, jump four, out, out, back, back, long, back, step, five, five, step. The way up and the way down are one and the same. I'm calling an audible late in the game. If love is everything, love is pain. And certain spirits are too bright to be tamed. I cannot shine your radiance. Undermine your sillies. Redefine your sinies. Despite the darkness, summer these days. Wintergreen, can you shine your radiance? Wintergreen, undermine your sinies. Wintergreen, love you more than anything. Wintergreen, despite the darkness, summer these days. Wintergreen, love you more than anything. 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 Dank euch bin ich wieder reingekommen. Super. So. Wir haben am Mittwoch den From Here aufgefrischt. Ja, cool. Sehr schön. Aber den können jetzt hier nicht alle, oder? Nee, na? So läuft die Schnelle. Nee, gut. Aber super. Gut gemacht, Rita. Vorbereiten ist alles. Okay. Peter, hast du gerade was geschrieben? Nein. Hat sonst noch irgendjemand einen Wunsch? Sonst versuchen wir den Old Beach... Nein, ich gehe jetzt nicht nach Hause. Den Old Beach Rollercoaster? Mit Musik? Ja, machen wir. Man, das schaffen wir heute richtig viel. Das wieder switchen. So. Da ist er. Okay. Fünf, sechs, sieben, acht. Ein bisschen lauter, bitte. Ja. Jetzt Walk, Walk, Shuffle. Walk, Walk, Shuffle. Walk, Walk. Back, Lock, Back. Back, Back. Sailor Viertel. Sein Rock. Point, Point. Sailor Viertel. Walk, Walk. Hier und hier. Und Walk, Walk. Hier und hier. Und Rock, Rock. Chassé rechts. Cross, Seite. Chassé Viertel. Rock, Step. Triple Full Turn. Rock, Step. Kumpel, Step. Sein Rock. Rock, Shuffle. Tuttle, Tuttle. Cross, Schuffle. Sein Touch. Kick, Roll, Cross. Sein Rock. Sailor am Platz. Walk, Walk, Shuffle. Walk, Walk, Shuffle. Walk, Walk. Back, Lock, Back. Back, Back. Sailor Viertel. Point, Point. Sailor Viertel. Walk, Walk. Hier und hier. Point, Walk, Walk. Hier und hier. Point, Rock. Chassé rechts. Point, Seite. Nach Sehviertel. Rock, Step. Triple Full Turn. Walk, Step. Walk, Step. Kumpel, Step. Achtung. Restart. Side, Rock. Sailor am Platz. Walk, Walk. And we'd sneak away from the crowd under the ball of all the lights. Back, 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 Back. Sailor Viertel. And with all the things we said. Point, Point. Point. What I just can't get past. Is the way we let it in. Now I'm wondering where she is. Knowing I can't get that goodbye back. We spent that week wide open, upside down beside the ocean. I didn't know where it was going, just trying to keep my heart on the tracks. I should have known that kind of feeling would last longer than that we did. Blown away and barely breathing when Sunday came and it was over. Now she's got me twisting like an old beach roller coaster. She's like a song playing over and over. In my mind where I still hold her. And we spent that week wide open, upside down beside the ocean. I should have known where it was going. I should have known that kind of feeling would last longer than that weekend. Ball away and barely breathing when Sunday came and it was over. Now she's got me twisting. Yeah, I'm still twisting like that old beach roller coaster. Like that old beach roller coaster. So, und auf die ganz schnelle machen wir den von heute nochmal am Ende. So Rita, du musst mit deiner Katze mal andere Zeiten absprechen, ne? Das geht so nicht. Ja. Dessa. You got to me. Alle bereit? Supi. Wir warten auf die Patty. Die schreibt doch schnell was. Okay, start. Step, block und step, block geht da los. 5, 6, 7, 1. Step, block und step, block und step. Halten, step. Sofisch, chasse. Keep back. Rock, point. High, point. Cross, point. Cross, point. Cross, point. Rock, step. Shuffle, halten, step. Touch und keep und heal und touch. Anwind und kick. Point touch. I'll never belong, but always alone. No one to call and no one to hold, but you got to me. You got to me. You got to hold me. You got to me. You got to me. That first love was pretty for the last man. It's all out of the dark and you got to me. You got to me. You got to me. You got to me. That first kiss and showed me love. Never knew I'd miss. Then you got to me. You got to me. You got to me. You got to me. I can't believe how the simplest things are making me smile can make me think that you got to me. You got to me. You got to me. The world's moving fast, but we're standing still. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Gut, denn von mir vielleicht und ja, können wir mal gucken. Ansonsten, ihr habt alle meine Nummer, schreibt mir privat. Ich antworte sogar. Ne, Peter? Ja, und Gabi kann da auch von, ja, ihr könnt alle davon reden. Ich habe euch, jetzt bin ich weg. So, ich quatsche schon wieder zu viel, da wird mir das Mikrofon abgeschaltet. Nein, alles gut. Also habt ein schönes Wochenende, das Wetter soll ja schöner werden. Und wie immer, schön negativ gesund bleiben, ne? Bis dann. Ciao.